Der 50 Besucher ist in der Grenze jetzt geschossen, die er mit verletzt hat, sei für einigen Reaktionslärm und Teams, der in dieser Gruppe nicht geschossen hat. Und dann hat er geschossen, dass er in der Grenze nicht geschossen hat. Und dann hat er geschossen, dass er in der Grenze nicht geschossen hat. Und dann kann man das mal passieren. Hörer er... ToXT Nummer 2. Die Nachrichten aus Norden Las Vegas haben Franziskus Verdacht, der hat und da die Menschen zum Gebet aufgenommen. Franziskus sei tief Charlie über das Geschehen, er sei denn den Begriff Gerst, der aus der Reklsee. Er hat sich eine Karriere, der Trump überwödelte den Unterbliebenen sein veröffentes Beileid und Bundesregerungssprecher Seibert schrieb, Berlin sei fassungslos und tief beschüttet. Nach der Gewalt in Katalonien wegen des Referendums über die Abspaltung von Spanien kommt jetzt kritisch von der EU-Kursion und die richtet sich an beide Seiten, die Katalonien für ihr verfassungswidriges Verwendung und die spanische Regierung für den Kontrollen. Spanien 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 Gäste Wir sehen uns in der nächsten Mai. diese sieht sehen während der den der 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 Ich hoffe, wir werden zum Beispiel von diesem Teil weiterholen.